Hallo liebe YouTuber und liebe YouTuberinnen, ein mini mini klitzekleines Outfit aus der Video mit Schminke und Haare. Und zwar habe ich heute mir mal die Haare glatt gemacht und dadurch, dass sie auf der CeBIT waren und es total mieselig und mieselregig, mieselregenartig war, sehe ich etwas verblüscht aus, also richtig glatze die nicht mehr. Dann auf den Augen habe ich einen Creme Lidschatten mit einem, oh scheiße, ich sehe gerade, ich habe voll Mascara gepatschelt, naja, Creme Lidschatten in beige mit einem bronzebraun kombiniert, dazu einen schönen, lustigen Lidstrich und Nude-Lippen. Auf den Wangen habe ich einfach nur so ein bisschen alt-rosa-rouge, das sieht man jetzt nicht so sehr. Nägel, achso, ja, das ist mein Kampfnagel, sagen wir mal so, Nägel, in einem normalen Weiß mit so, naja, ich sag mal, Poolfarbenartige Pailletten. So, Outfit of the Day. Ich habe einmal ein paar Stiefel an, die habe ich von Taco gekauft, dann eine Leggings von C&A, einen Fransenschal, der ist von Teddy und eine Strickjacke. Das ist so ein Übergangsding, was hinten so schlapperig ist. Und unten drunter habe ich noch ein schwarzes, schlichtes Top und einen Pulli in Trotfarben. Trara. So, das war's. Ja, genau, das war's gewesen. Mir zetten nämlich gerade nicht mehr ein, was ich eigentlich noch erzählen wollte. Ich war halt noch... Achso, wenn jetzt alles gut läuft, fahre ich jetzt zur Sarah und die Sarah will dich schminken. Und wenn die Sarah gut drauf ist, lässt sie sich dabei auch filmen, also ihr lernt dann Sarah kennen. Und meine Schminkkünste, wie ich jemand anderen schminke. Ja, wir wollen hoffen, dass das klappt. Die Sarah hat nämlich eine Verabredung und braucht nämlich ein bisschen Farbe ins Gesicht. Gut, ich hatte mir eigentlich vorgenommen, heute das erste Fitnessvideo zu drehen. Problem an der Sache ist, als ich meinen Terminkalender durchgegangen bin, ist mir eingefallen, heute ist Kinder verschenken. Das heißt, die Halle ist voll. Also es wird irgendwann im Laufe der nächsten Woche abgedreht, hoffe ich. Und dann gibt es das erste Fitnessvideo. Und ich bin dabei, einen Fitness-Tech zu erarbeiten. Und mir fehlen irgendwie die Worte. Ich habe das ganze Wochenende so scheiße wenig geschlafen. Zum Beispiel auf der Nacht von Freitag auf Samstag habe ich genau eine Stunde und 15 Minuten geschlafen. Und dann sind wir zu CeBIT gefahren. Und das war echt hart. Und abends habe ich mich dann nochmal hingelegt für immer mal wieder so 10, 15 Minuten. Hat irgendwie nicht alles so ganz geklappt. Und naja, gut, das soll jetzt erstmal gewesen sein. Ich wünsche euch einen wunderschönen, sonnigen Sonntag. Und ihr seht vielleicht, dass es voll Sunshine ist. Ja, es ist so hell, dass man nichts sieht. Auch schön. Einen wunderschönen Sonntag und bis bald. Und sind Jecken unter uns, dann wünsche ich euch einen wunderschönen Karneval. Ich werde damit nichts im Hut haben, weil ich überhaupt nicht auf sowas stehe. Und halte mich einfach zurück. Ich gehe als YouTuber. Hey. Gut, bis bald. Tschüss.